Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich die Online-Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik vom Wintersemester 2023-2024 gelöst hätte. Wie immer kleiner Disclaimer, wenn ich jetzt diesen Test mache, natürlich sehe ich diese Fragen nicht zum ganz allerersten Mal. Ich habe mir diese Fragen ja irgendwann mal ausgedacht, ist jetzt aber auch schon wieder eine kleine Weile her. Ja, von daher muss ich da auch erst mal drauf schauen. Als Student, als Studentin hätte man 90 Minuten Zeit, diesen Test zu lösen. Ich versuche das jetzt mal so vielleicht roundabout in ungefähr 30 Minuten und klicke hier gleich mal auf Testvorschau. Was ich mir noch vorbereitet habe, ist Octave oder man könnte auch MATLAB nehmen. Das benutze ich als, sage ich mal, schlauen Taschenrechner und ich habe mir unten mein Zeichenprogramm hingepackt, um mir dort ein paar Notizen zu machen. Und ich habe mir auch mein MATLAB-T-Shirt angezogen. Sehr passend dazu. Und klicke jetzt mal auf Testvorschau. Dann steht hier, okay, eine Stunde 30 Minuten ist das Limit. Ich möchte ihn ja beginnen jetzt auf jeden Fall. Ja, okay. So, und dann steht hier, naja, das geht jetzt gerade nicht, weil es ist abgeblockt. Aber ich als Boodle-Admin oder als Kurs-Admin kann das hier trotzdem machen. Also und zoome mal wieder ein bisschen raus, dass die Schrift ein bisschen kleiner wird. Also erste Frage zum Thema Knotenspannungsanalyse. Eine wunderschöne Schaltung, passend zum Winter, so ein bisschen mit so Schneeflockengeometrie. Und ja, also mit Knotenspannungsanalyse soll man drei Knotenspannungen ausrechnen in dieser Schaltung hier. Oder, also mit Hilfe kann man die bestimmen. Und dazu wird ein Gleichungssystem aufgestellt. Die Werte der Bauelemente sind hier gegeben. Es gibt, wie man sieht, sechs Widerstände und drei Stromquellen, die hier immer irgendwie alle nach außen zeigen. Also hat so eine gewisse Symmetrie, diese Schaltung. Und dann benutzt man eben bei der Knotenspannungsanalyse ein Gleichungssystem mit einer Knotenleitwertmatrix, diesem Vektor der gesuchten Knotenspannung und dem Spaltenvektor der Quellströme. Und jetzt ist hier gefragt, welchen Wert hat der Eintrag G2,2 der Knotenleitwertmatrix? Und das soll man in Millisiemens angeben. So, jetzt können wir gucken, also um diesen Eintrag geht es hier. Die Einträge auf der Hauptdiagonale, das ist immer die Summe der Leitwerte an den jeweiligen Knoten. Können wir gucken, am Knoten 2 ist angeschlossen. Also das ist ja auch der Knoten 2. Der Widerstand R1, der Widerstand R5 und der Widerstand R2. So, ich mache mir hier mal ein neues Dings auf, ein neues Skript. Mache mal hier ein Clear All und tippe mal die Werte ein. Also R1 brauchen wir jetzt, das sind 1,2 Ohm. R2 brauchen wir auch, das sind 2 Ohm. Und R5 brauchen wir, das sind 6,2 Ohm. So, und die kann ich jetzt jeweils in einen Leitwert umrechnen. Also G1 ist 1 durch R1. Das kopiere ich jetzt einfach mal und schreibe in G2 ist 1 durch R2. Und G5 benötigen wir noch, ist 1 durch R5. So, und dann kann ich eben diesen gesuchten Eintrag auf der Hauptdiagonale der Matrix hier ausrechnen, als Summe von diesen drei Leitwerten, weil die alle an dem Knoten oder die zugehörigen Widerstände an dem Knoten 2 angeschlossen sind. Also G1 plus G2 plus G5. Und klicke mal auf Run, da muss ich das abspeichern. Das nenne ich hier mal einfach KSA, Knotenspannungsanalyse. Und dann kommt hier ein Wert raus. Den nehme ich jetzt noch mal 1E3 mal 1000, um das von Siemens in Millisiemens umzurechnen. Dann kommen da 1494 raus. Kopiere ich hier rüber. Mache aus dem Dezimalpunkt ein Dezimalkomma. Klick auf Prüfen und das ist schon mal richtig. Das sieht schon mal gut aus. Okay, nächste Seite. Ein neuer Aufgabentyp. Also eine Schaltung, so ein bisschen was wie ein Grundstromkreis mit einem Widerstand und einer Diode von einer Gleichspannungsquelle gespeist. Die Diode soll eine gewisse Flussspannung haben und hier soll ein Strom durchfließen von 10 mA. Und der Wert der Spannungsquelle ist gegeben. Und jetzt ist hier gefragt, wie groß ist der verbleibende Spannungsabfall über dem Vorwiderstand, der hier oben. Und das soll man in Volt angeben. Da mache ich mir mal ein neues Skript auf. Das kriegt man jetzt natürlich auch im Prinzip fast im Kopf gerechnet. Aber wer weiß, was hier noch so für Rechnungen kommen. Also Werte wieder übernehmen. UQ sind 9,8. UD sind 3,1. Und den Strom übernehme ich auch schon mal 10 mm. Millis sind 10 hoch minus 3. Kann ich als 10 E minus 3 schreiben. Und dann bekomme ich UR raus als Maschensatz. Die Spannung minus diese Spannung ergibt die Spannung dort oben. Also UQ minus UD. Und lasse mir das Ganze ausgeben. Beziehungsweise speichere das erstmal. Nenne das mal Diode. So, und dann kommen hier 6,7 Volt raus. Kann man sich überlegen. Okay, 6,7 plus 3,1 macht 3,8. Könnte stimmen, ne? So, also 6,7 prüfen. Passt. Okay, richtig. Nächste Seite. Oh, wieder die Knotenspannungsanalyseaufgabe. Ja, wenn man schon ein paar Mal solche Online-Tests hier gemacht hat, weiß man natürlich, okay, das ist jetzt wieder exakt die gleiche Aufgabe. Hier stehen exakt die gleichen Werte. Das gleiche Gleichungssystem. Jetzt ist nach dem Eintrag I3,1 des Spaltenvektors der Quellströme gefragt. Es geht also um diesen Eintrag hier. Und jetzt muss man wissen, okay, in dem Vektor der Quellströme, da stehen immer die an dem jeweiligen Knoten, also hier dritten Knoten angeschlossenen Stromquellen, zufließende Quellen positiv, abfließende Quellen negativ. Der Knoten 3 ist dieser hier und auch dieser hier, das ist ja der gleiche, ne? Und da fließt die Quelle IQ3 drauf zu. Und die Quelle IQ3 ist 4 Ampere groß, also sollte hier nur 4 stehen, klicke ich mal auf prüfen. Das ist auch richtig. Okay, also hier musste man jetzt gar nichts rechnen, einfach nur genau den richtigen Wert kopieren aus der Liste der vielen Werte. Okay, ein neuer Aufgabentyp, dafür mache ich mir mal ein neues Editor-Fenster auf, fange auch mal wieder mit einem Clear All an und werde hier gleich schon mal die Werte übernehmen. Also wir haben ein Vierkant-Draht, also ein Draht mit nicht rundem, sondern quadratischem Querschnitt, so wie das hier steht. Und der hat eine Länge von 12 Meter. Die Werte hier, by the way, versuche ich immer in Grundeinheiten anzugeben, ja, dann macht das das mit den Einheiten ein bisschen einfacher. So, dann soll da ein Strom durchfließen von 2,9 Ampere und es soll eine Stromdichte da sein von J 0,6 Ampere pro Quadratmeter. So, und jetzt kann man sich so ein bisschen entscheiden, ob man das jetzt umrechnet oder nicht. Ich lasse das vielleicht erstmal mit einem Ampere pro Quadratmeter, muss ich nachher dran denken. So, und jetzt steht hier noch, der Draht hat einen Widerstand von 10 Ohm. Und wie groß ist der Längenbezogene Spannungsabfall U', also Spannung pro Länge in der Einheit Volt pro Meter. Naja gut, so, wie kriegt man das jetzt raus? Also eine Spannung kriege ich raus, U ist R mal I. Einen Widerstand habe ich, den Strom habe ich auch, dann kriege ich eine Spannung raus und dann kriege ich das U', so nehme ich das mal hier raus, einfach aus U durch L. Spannung durch diese Länge hier und dann kommt ja was raus in Volt pro Meter. So, also U durch L und das Ausrechnen, dann nenne ich das mal einfach Draht, gucke ins Befehlsfenster, 2,4 irgendwas Volt pro Meter. Boah, klingt jetzt nicht so wahnsinnig abwegig, ne? Also, 2,9 Ampere mal 10 Ohm macht 29 Volt insgesamt über diesen Widerstand und 29 durch 12 könnte ungefähr 2,4 sein. So, einmal prüfen, das stimmt auch, schon mal vier richtige Fragen, gar nicht so verkehrt. Okay, dann sind wir wieder bei der Knotenspannungsanalyseaufgabe. Gleiche Schaltung, gleiche Werte, gleiches Gleichungssystem. Jetzt ist nach dem Eintrag G11 gefragt hier auf der Hauptdiagonale und der ist wieder die Summe der Leitwerte der an dem Knoten 1 angeschlossenen Widerstände. Also, das ist R1, R3 und R4. Dann suche ich mal hier wieder das richtige Skript. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch R3 und R4. Und R3 sind 4,9 Ohm. Hier muss ein Punkt hin, hier drüben muss wieder ein Komma hin. Und R4 sind 6. Und dann kann ich noch genau mit der gleichen Rechnung hier daraus wieder die entsprechenden Leitwerte ausrechnen. Also, G3 und G4 einfach als Reziprokes von R3 und R4. So, reden und schreiben gleichzeitig schwierig, Textbildschere und so. Okay, so, also nochmal so eine ähnliche Rechnung. G11 will ich jetzt haben, das klammere ich mal hier schon mal aus. Und nochmal geguckt, also hier ist am Knoten 1 angeschlossen R1, R3, R4. Also, brauche ich hier G1, G3 und G4. Check nochmal, also hier ist die richtige Rechnung. Und hier habe ich auch die richtigen Werte 4,9 und 6. Klicke mal auf Run, dann kommt da ein Ergebnis raus. Und das will ich jetzt noch wieder von Siemens in Millisiemens umrechnen. Also, rechne ich mal 1000. Dann sind das 1204. Die kopiere ich hier über Klick auf Prüfen. Das stimmt ganz fantastisch. Dann geht es weiter mit der nächsten Aufgabe. Wieder Knotenspannungsanalyse. Jetzt ist der Eintrag I11 gefragt. Wieder in dem Stromquellenvektor. Also, die Summe der Stromquellen am ersten Knoten. Das ist der erste Knoten. Das ist auch der erste Knoten. Das ist nur die Quelle IQ1 angeschlossen. Die fließt da drauf zu. Also, brauche ich den Wert IQ1 positiv. Kopiere den hier rüber. Klick auf Prüfen. Okay, das funktioniert. Wir kommen zur siebten Frage. Hier ist wieder der Vierkant-Draht. Kann ich mal schon mal das passende Skript suchen. Die Zahlenwerte sind die gleichen. So, und jetzt ist, oh, das ist eine gute Frage. Wie groß muss der spezifische Widerstand roh des Drahtmaterials sein, wenn der Draht einen Widerstand von 10 Ohm haben soll? Und das soll man in 10 Ohm minus 6 Ohm mal Meter angeben. Also, dafür muss ich jetzt, glaube ich, mal hier ein bisschen mehr was hinschreiben. Also, Widerstand könnte man ja ausrechnen aus. Ich habe einen spezifischen Widerstand, genau dieses roh. Und das rechne ich mal die Länge durch die Querschnittsfläche. So, und das kann ich jetzt nach roh umstellen. Dann kommt da raus, dieses roh ist, das a auf die andere Seite gebracht, das L auf die andere Seite gebracht, steht da r mal a. Das roh ist nicht sonderlich schön geworden, gebe ich zu, aber das lasse ich jetzt einfach so. Mein Schreibtablet leckt ja auch so ein bisschen. So, durch L. Also, r mal a durch L. Jetzt brauche ich natürlich noch eine Querschnittsfläche. So, und die Querschnittsfläche, na, die kriege ich raus aus der Stromdichte, weil Stromdichte J ist ja i durch a, Strom durch Fläche. Und das kann ich auch umstellen. Dann kommt da raus, a ist i durch j. So, und jetzt setze ich hier den Strom ein in Ampere und ich setze das J ein in Ampere pro Quadratmillimeter. Dann kriege ich eine Fläche raus in Quadratmillimeter. Und wenn ich die hier einsetze, dann kriege ich eben so was raus mit, ja, können wir gleich mal machen. Also, hier nur auf die Einheiten geschaut. Also, Zahlenwert mache ich mal Punkt, Punkt, Punkt. So, das R hat als Einheit Ohm. Ohm kann ich schreiben als Volt pro Ampere. Das A hat die Fläche Quadratmillimeter in meinem Fall. Das ist auch nicht sonderlich hübsch geworden. Schreibe ich nochmal neu. So, und die Länge hat die Einheit Meter. Und wenn ich jetzt Quadratmillimeter umrechne in Quadratmeter, sind das 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Und dann kann ich den Quadrat, ups, nicht das Ganze, nur das Quadrat gegen das Meter kürzen. Und dann kommen da genau 10 hoch minus 6 über. Das sind genau die 10 hoch minus 6, die ich hier haben will. Also kann ich das einfach in meiner Quadratmillimeter Einheit lassen. muss einfach R mal A durch L und A kriege ich aus als I durch J. Also, das schreibe ich mir jetzt hier oben hin. A ist I durch J. Das gebe ich vielleicht auch mal aus, so zum Test. Und dann kriege ich eben das Rho raus als R mal A durch L. Und das gebe ich mir auch aus und klicke auf Run. Und dann kommt hier raus, das Rho ist 4,04 mal 10 hoch minus 6 Ohm Meter. Ja, sollte eigentlich irgendwie so passen. Klicke mal auf Prüfen. Passt auch. 4,03 wird hier angegeben. Okay, nächste Frage, nächste Seite. Oh, schöne Frage. Neue Frage. Zwei Widerstände sind in Reihe geschaltet. Und der Leitwert des ersten Widerstandes beträgt so und so viel. Und die Reinschaltung der beiden Widerstände hat insgesamt einen Leitwert von so und so viel. Und es ist gefragt, wie groß ist der Leitwert des zweiten Widerstandes. So, jetzt muss man wissen, ich nehme mal eine andere Farbe hier. Also, wenn ich den Gesamtleitwert ausrechne, 1 durch G Gesamt von einer Reinschaltung, dann ist das so, wie wenn man Widerstände parallel schaltet, dann ist das 1 durch G1 plus 1 durch G2. Also, ich weiß das G Gesamt, ich weiß das G1. Ich will das G2 wissen, muss ich das irgendwie nach G2 umstellen. Dann ist 1 durch G2 ist 1 durch G Gesamt minus 1 durch G1. Das ist einfach auf die andere Seite geholt. Ja, und jetzt kann ich das Reziproke von beiden Seiten bilden. Ob kriege ich das hier noch hingeschrieben? Ja, also dann ist G2, das was ich ausrechnen will, ist 1 durch 1 durch G Gesamt minus 1 durch G1. Und jetzt kann ich den Bruch so erweitern, aber ich kann das auch einfach so lassen und so ausrechnen jetzt in Octave. Ist ja kein Problem. Also mache ich mir nochmal einen neuen Editor auf, mache nochmal hier ein neues Fensterchen, mache nochmal ein Clear All, um mit so einem Lernen Workspace zu starten und tippe mal die Werte ab. Also G1 sind 91 Millisiemens, da ich mit Millisiemens losrechnen und Millisiemens ausrechnen möchte, lasse ich das jetzt auch einfach in dieser Einheit. G Gesamt sind 54. Ja, das muss ja auch kleiner sein. Also wenn ich was in Reihe schalte, zwei Widerstände, dann muss ja der Gesamtleitwert kleiner sein, weil der Gesamtwiderstand größer ist. So, und jetzt kriege ich eben G2 raus als 1 durch 1 durch G Gesamt. Klammere ich das jetzt nochmal? Ich mache das jetzt so, minus 1 durch G1. So, und das sollte eigentlich passen. Also die Summe oder eben diese Differenz besser gesagt, die habe ich geklammert, trotzdem sollte Octave jetzt Punktrechnung oder, ja, also, ist ja eigentlich eine Division, hat einen Strich, ja, ist aber eine Punktrechnung vor der Strichrechnung machen. Okay, sollte eigentlich passen. Probieren wir mal aus, nicht, dass irgendwie Leitwert, Leitwert, so, und klicke aufs Befehlsfenster, 132, irgendwas kommt da raus. Kann man sich jetzt überlegen, klingt nicht unklausibel, ne? Also wenn ich das und das in Reihe, ja, genau, in Reihe schalte mit so der Formel wie hier unten, mit dieser hier, dass das passt. Okay, also prüfen. Okay, sieht gut aus, ist richtig. Nächste Seite, nächste Frage. Oh, schöne neue Aufgabe. Ein Kondensator wird aufgeladen mit einem trapezförmigen Strom. Da kann ich vielleicht hier unten auch mal eine kleine Skizze zu machen und nehme noch mal eine andere Farbe dafür, mal zum Beispiel mal grau für diese Aufgabe. So, also ein trapezförmiger Strom sieht so aus, von 0 bis 1,2 Sekunden. Also hier ist 0 und hier ist 1,2 Sekunden, steigt der von 0 auf 6 Milliampere. Also das hier ist meine Zeitachse und das hier ist meine Stromachse, T und I von T. So, und hier sind 6, 6 Milliampere. So, und dann bleibt der konstant, ja, bis 6,3 Sekunden. Das deute ich jetzt mal so an, hier hinten ist irgendwo 6,3 Sekunden. Bis dahin bleibt der Strom konstant und dann nimmt der Strom wieder linear ab von 6,3 bis 9,3 Sekunden. Das ist hier irgendwo vielleicht 9,3 Sekunden und dann nimmt der Strom wieder linear ab. Und dann ist das eben so ein Trapez, jetzt kein symmetrisches, aber irgendwie ein Trapez. Dann, also fließt dieser Strom hier durch einen Kondensator und der Kondensator hat eine bestimmte Kapazität, 27 Millifarad. Und es ist gefragt, auf welche Spannung ist der Kondensator hier hinten nach der Zeit aufgeladen. So, jetzt könnte, sollte, dürfte mal wissen, okay, C, die Kapazität ist Q durch U. Also, wenn ich die Kapazität weiß und die Ladung, dann kann ich daraus die Spannung ausrechnen. U ist dann nämlich Q durch C. Und da muss man noch wissen, Q, schreibe ich jetzt mal so ganz allgemein hin, ist das Integral des Stromes über die Zeit. Und Strom über die Zeit integriert, das ist diese Fläche hier unten. Also, die Fläche, die muss ich jetzt ausrechnen. Diese ganze schraffierte, gestrichelte Fläche hier, das ist die Fläche von dem Trapez. Die entspricht der Ladung, stimmt auch so, von den Einheiten. Denn Strom mal Zeit, Ampere, Sekunden ergibt die Ladung. Dann setze ich die Ladung hier ein, teile durch die Kapazität, kriege ich die Spannung raus. Also, probieren wir es mal. Na, wo ist mein Mauszeiger hier? So, also neues Fensterchen auf. Ich mache wieder ein Clear All und versuche mal irgendwie diese Werte zu übernehmen. Also, T1 sind 1,2 Sekunden. T2 sind 6,3 Sekunden. T3 sind 9,3 Sekunden. So, und der Strom, I, mal so, sind 6 Milliampere. Das lasse ich jetzt auch mal als 6. Ja, weil wir haben Milliampere, dann kommt Milli-Coulomb raus. Und wir haben ja hier auch Milli-Farad, da haben wir überall ein Milli. So, also C sind 27. Da lasse ich jetzt auch das Milli weg. Ja, oder schreibe ich, vielleicht mache ich es lieber so. Ich schreibe mal hier das jetzt hin. Also, E, E-3 und hier auch E-3, beides in Milli. So, dann kann ich jetzt diese Ladung ausrechnen. Und die Ladung teile ich mal auf in einen Teil hier vorn. Für dieses hier, das nenne ich Q1. Dann für diesen Teil hier, das nenne ich Q2. Und da mache ich noch diesen Teil hier hinten. Das nenne ich Q3. So, und also Q1 ergibt sich aus der Fläche eines Dreiecks. Das ist einfach T1 mal I geteilt durch 2. Das ist eine Dreiecksfläche. So, Q2. Jetzt brauche ich die Länge hier unten, den Abstand zwischen diesen beiden Zeitpunkten. Das ist T2 minus T1. Die Differenz mal den Strom. Das ergibt die zweite Ladung. Und Q3 ist die letzte Differenz. Das ist T3 minus T2. Da muss ich auch wieder in Klammern setzen. Das mal den Strom rechnen, wieder durch 2 teilen, was ein Dreieck ergibt. Und dann kriege ich Q raus als Q1 plus Q2 plus Q3. So, und dann kann ich, das C haben wir schon, dann kann ich die Ladung ausrechnen. U ist Q durch C. So, und das lasse ich mir ausgeben. Dann klicke ich mal auf Run und nenne das mal Kondensator. Und gehe ins Befehlsfenster und dann kommen da 1,6 Volt raus. Das klingt jetzt von der Größenordnung her nicht allzu verkehrt. Also wir haben irgendwie ein paar Ampere über, ne paar Milliampere über ein paar Sekunden, kommen ein paar Milli-Colomb raus. Mit irgendwie so und so viel Milli-Fahrrad können das schon Volt sein. Passt. Von der Größenordnung her, klicken wir mal auf Prüfen. Okay, das stimmt. Richtige Antwort, 1,6. So, okay. Nächste Seite. Mit Hilfe der Knotenspannungsanalyse und so weiter. Welchen Eintrag, welchen Wert hat der Eintrag G33? Das hatten wir ja nun auch schon mal irgendwie so ein bisschen. Also ich muss hier gucken, G33 kriege ich raus als Summe der Leitwerte der hier angeschlossenen Widerstände. Das ist der Widerstand 2, der Widerstand 3 und der Widerstand 6. Diese hier, die drei Stück. Und von denen brauche ich jetzt die Leitwerte. Und da fehlt mir hier oben noch zu meinem Glück der Widerstand R6. Der hat den Wert 7 Ohm. Und da muss ich das noch einmal hier kopieren und die 5 in die 6 ändern und dann das einfach mal ausführen und hoffen, dass es passt. So, das ist jetzt wieder das Ergebnis in Siemens. Nehme ich das mal und rechne das mal 1000. Dann kommen Milli-Siemens raus und kopiere das einfach mal. Ändere den Punkt in ein Komma. Klick auf Prüfen. Und das stimmt. Okay, sehr schön. Nächste Seite. Also wir sind ungefähr bei einem Drittel angekommen. Es wird jetzt potenziell vielleicht noch ein bisschen schneller, weil ich jetzt ja schon fast alle Skripte fertig habe, nur noch Werte einsetzen muss. Okay, so, hier kommt jetzt was raus. Elektrische Leistung. Interessant, dass Moodle hier auf den Automatschen-Link einfügt. Also die Leistung an der Diode. Suche ich mal hier das Diodenskript raus und versuche das mal auszurechnen. Also PD-Leistung ergibt sich aus Strom mal Spannung oder Spannung mal Strom. Und wir haben Milli-Ampere, wir haben Volt, sollte Milli-Watt rauskommen. Aber hier habe ich den Strom in Ampere umgerechnet. Also muss ich das am Ende wieder in Milli-Watt umrechnen. Also ich nehme jetzt die 31. Ja, die 31 sind die Milli-Watt-Blick auf Prüfen. Okay, das passt. Das ist das richtige Ergebnis. Nächste Seite. Neue Aufgabe. Wie man sieht, zwei Widerstände sind parallel geschaltet. Eigentlich jetzt genau die gleiche Rechnung wie hier oben mit diesen Leitwerten. Also ich nehme mal die Leitwert, das Leitwert-Skript hier, klicke mal auf Datei speichern unter und nenne das Widerstand und ändere einfach die Werte. Also R1 sind 117 Ohm und R-Gesamt sind 30 Ohm. Und dann ergibt sich das mit der gleichen Rechnung hier, weil, ja, also so wie man Leitwerte in Reihe schaltet, so schaltet man eben Widerstände parallel. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz erklärt. Und dann sollte da eben R2 rauskommen. So, dann klicke ich mal auf Run. Nochmal kurz die Werte prüfen. 117, 30. Mal gucken, was rauskommt. 40. Ja, kann man sich jetzt so irgendwie überlegen, wenn ich 120 Ohm und 40 Ohm parallel schalte, dass da ungefähr 30 rauskommen. Aber das kann schon sein. So, also 40 Ohm, Punkt in Komma geändert. Das passt. Sehr gut. Gleiches Halbzeit. So, jetzt ist wieder der Vierkant-Draht da. Jetzt ist nach einer Leitfähigkeit gefragt. Und die soll in Siemens pro Meter sein. Also jetzt muss man so ein bisschen wissen, kann ich wieder hier oben auf das zurückgehen. Ich gehe mal wieder auf meinen grünen Stift, dass Leitfähigkeit Kappa einfach das Reziproke von dem Roh ist. Und Roh hatten wir ja schon ausgerechnet bei dem Draht. Also kann ich einfach rechnen, Kappa ist 1 durch Roh. So, und jetzt ist nur die Sache mit den Einheiten. Also das Roh kam ja in, sieht man hier unten noch, in 10 hoch minus 6 raus. Also kommt das Kappa im Prinzip in 10 hoch 6 raus. Also, ja, ich rechne es mir erstmal aus. Also das Kappa hier ist das Kappa in 10 hoch 6. Also muss ich das nehmen, hier rüber kopieren und noch ein E6 hinterschreiben, weil ich das mal 10 hoch 6 brauche. Das wäre ja auch so eine relativ übliche Leitfähigkeit. Also Kupfer hat irgendwie 58 E6. Das wäre irgendwie ein sehr schlecht leitendes Metall und ein ganz übler Edelstahl oder sowas. oder Mangan oder irgendwas, was schlecht leitet. Aber so größenordnungsmäßig passt das schon mit wieder dieser Umrechnung Quadratmillimeter an Quadratmeter. Okay, prüfen wir mal. Das passt auch. Hier ist das jetzt ein bisschen anders angegeben. Aber passt mit den 10 hoch 6. Okay, nächste Seite. Oh, ganz neuer Aufgabentyp. Es soll eine Dreieckschaltung in eine Sternenschaltung umgewandelt werden. Natürlich hat niemand diese Formeln im Kopf. Also das macht man. Man googelt und sagt Stern-Drei-Transformation. Und wenn man das schon mal gemacht hat, findet natürlich der Browser das in Wikipedia. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen Dreieck zu Sternen transformieren. Und dann steht hier, wenn ich den Widerstand RA haben will, muss ich irgendwie RA, also mal das, also jetzt tippe ich mir mal irgendwie schon mal hier ab. Ich mache mal ein neues Fensterchen auf, mache nochmal Clear All. Und sag mal, also RA ergibt sich aus RA, RAC mal RAB geteilt durch RAC plus RAB plus RBC. Also hier unten steht einfach die Summe von allen Widerständen. Oben stehen genau die bei, ich sag mal so wie in der Aufgabe, die an dem Knoten angeschlossen sind. Und jetzt ist nach RC 0 gefragt. Okay, da muss ich nochmal die Formel hier irgendwie abändern. Also bei RC steht da oben RA, C und RBC. RA, C und RBC und unten der Nenner ist genau der gleiche. So, dann brauche ich eigentlich noch die passenden Widerstände dazu. Die kopiere ich jetzt mal hier einfach hart. Und hoffe mal, dass das einigermaßen hier direkt rüberkommt. Und so, also RAC, RBC und RAC. Weiß nicht, ob sich das Copy und Paste jetzt hier zeitlich gelohnt hat. Man muss hier doch relativ viel ändern. Und diese ganzen Einheiten weg. Und vielleicht das Ergebnis ummit. So, okay. Dann klicke ich mal hier und sag mal irgendwie Dreieck. Speichere es ab. Klicke aufs Befehlsfenster. Kommt daraus 2,2 Ohm. Ja, das kann schon irgendwie sein. Größenordnungsmäßig passt das. Und halt, Moment, das ist aber das RA0. Ich wollte RC0 haben. Das ist aber die Formel für RC0. Ich mache das mal nochmal lieber zur Sicherheit. RA, C, RBC. RC, RBC sollte so passen. Jaja, 2,2. Okay. So, also better save than sorry. Und passt, ist die richtige Antwort. 2,2. Okay, fantastisch. So, dann haben wir wieder diese Kondensatoraufgabe. Jetzt ist gefragt, wie groß ist die Ladung? Ja, hier unten die Ladung am Ende. Das haben wir schon ausgerechnet. Kann ich wieder hier zum Kondensator gehen. Das Q ausrechnen. Klicke ich auf Run. Klicke auf das Q. Und dann soll das in Milliculomb sein. Also muss ich das mal 1E3 rechnen, um das in Millium zu rechnen. 43,2. Klicke auf Prüfen. Okay, es richtig läuft. Nächste Seite. Wieder die Diodenaufgabe. Suche ich erstmal das Diodenskript vor. Dann ist gefragt, wie groß ist die im Vorwiderstand umgesetzte elektrische Leistung? Die kann ich ausrechnen als PR mal UR. UR haben wir zum Glück schon nach oben. Und dann kommt raus, PR ist das. Das brauche ich jetzt wieder in Milliwatt. Also kopiere ich nur diesen Teil. Klicke auf Prüfen. Fantastisch funktioniert. So, richtig. Nächste Aufgabe. Ein leerer Kondensator wird mit einem Trapezierung im Strom aufgeladen. Das hatten wir schon. Wie groß ist die Energie? So, und Energie kriege ich raus. Hier ist das Kondensator-Skript. Energie ist 1,5 mal C mal U Quadrat. U habe ich, C habe ich. Kann ich die Energie ausrechnen? Wie soll es rauskommen in Millijoule? Jetzt muss ich gucken. Also die Spannung hatte ich in Volt und das C hatte ich auch in Verrat. Jetzt fehlt hier die Ausgabe. Also das sollte jetzt auch wirklich in Joule rauskommen. Ich will auch mal Millijoule haben. Also nehme ich E mal 1, E3. Und dann sollte das die Energie sein in Millijoule. 3, 4, 5, 6. Das ist eine schöne Zahl. Ein bisschen zahlenmystik ist ja auch dabei. Okay, ist richtig. Sehr schön. Fantastisch. Dann haben wir wieder Knotenspannungsanalyseaufgabe. Wie groß ist der Eintrag G1, 2? Das ist hier dieser Koppelleitwert. Jetzt muss man wissen, auf den Nebendiagonalen der Knotenspannungsanalyse der Knotenleitwertmatrix steht der Koppelleitwert zwischen zwei Knoten und zwar mit negativen Vorzeichen. Das ist ganz wichtig. Und zwischen Knoten 1 und Knoten 2 steht, ist der Widerstand R1. Also wir brauchen jetzt hier aus dem Knotenspannungsanalyse-Skript das G1, das mal 1, E3 und das ganz unbedingt negativ. Das darf ich jetzt nicht vergessen, weil diese sind ja immer negativ, die Einträge. Also minus 833, weil zwischen 1 und 2 der Widerstand R1 ist. So, und das passt. Minus 833 Millisiemens ist der richtige Wert. Es geht gleich weiter. I 2 1, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, also Stromquelle 2, weil die auf den Knoten 2 drauf fließt. 2,4 kann ich auf Prüfen klicken. Das sind Low Hanging Fruits, wie man so schön sagt. Nächste Seite, wieder Dreieck-Sternaufgabe. Jetzt geht's rucki zucki, jetzt kann ich mir mein Skript suchen. RB 0. Also RB 0 kann ich ausrechnen. Indem ich RAB mal RBC rechne. Die beiden Widerstände, wo das B drin vorkommt, um den B auszurechnen. Nochmal hier kurz gecheckt. RAB mal RBC. Die sollte so passen, ausführen. RB 0 hat diesen Wert. Irgendwas im unteren Ohn-Bereich. Sollte so gehen, prüfen. Okay, fantastisch, läuft. Nächste Seite. Wir sind bei zwei Drittel angekommen. Es ist wieder diese Vierkant-Aufgabe. Querschnittsfläche des Drahtes, die haben wir schon mal ausgerechnet. Lass das Skript einfach laufen. Und rechne mal das, lass mir das A hier ausgeben. Und, naja, mit Strom durch Fläche kommt das auch direkt in Quadratmillimeter raus. Das sollte so passen. Ja, kann man im Kopf. 2,9 durch 0,6, 4,8 kann so stimmen. Stimmt auch. Okay, also nächste Frage. Ein Vierkant-Draht und so weiter. Jetzt ist gefragt. Oh, schöne Frage auch. Wie groß ist, und einfache Frage, wie groß ist der Widerstand des Drahtes? Die Formel steht ja hier oben praktisch da. Ich muss jetzt nur aus dem Rho ein 1 durch Kappa machen. Also statt des Rho schreibe ich jetzt hier ein 1 durch Kappa. Also L durch Kappa durch A ergibt den Widerstand. Das schreibe ich mal hier unten hin. Also R ist L durch Kappa durch A. So, A habe ich ausgerechnet. Kappa ist jetzt aber nicht dieser Wert hier, sondern das ist jetzt ein anderer Wert. Das ist das gegebene Kappa. Das sind 9, 9 mal 10 hoch 6. So, 9, E6. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Also die Länge haben wir in Meter. Das Kappa hier ist jetzt praktisch in Grundeinheiten in Siemens pro Meter. Die Fläche ist aber in Quadratmillimeter. Also ich muss wieder die Fläche von Quadratmillimeter in Quadratmeter umrechnen und dann kommen die 10 hoch 6 von dem Kappa weg. Weil, naja, Quadratmillimeter sind 10 hoch minus 6 Quadratmeter und die machen sich dann mit den 10 hoch 6 hier multiplizieren die sich genau zu einer 1. Also von dem Kappa bleibt jetzt in meiner Einheit hier, die ich nicht so ganz klar und deutlich hingeschrieben habe. Da bleibt aber nur eine 9 über. So, und dann kommen da 0,2 irgendwas oben raus. Ja, jetzt rein von der Größenordnung her klingt das plausibel. Wäre total komisch, wenn ich da irgendwie 0,27 Mikro oben rausbekommen würde. Wäre auch total komisch, wenn ich da irgendwie Mega oben rausbekommen würde. Weil ich habe einen Draht, der hat ja einen gewissen Querschnitt und so. Dann sollte da sowas, was so ein Draht eben so für einen Widerstand hat. So, prüfen wir mal. Ist auch richtig stimmt. Einheiten richtig umgerechnet. Wieder Knotenspannungsanalyse. Der Eintrag G2,3. Also zwischen Knoten 2 und Knoten 3 ist der Widerstand R2. Das heißt, ich brauche G2 von Siemens in Millisiemens umgerechnet und ganz wichtig, negativ, weil diese Einträge immer negativ sind. Also minus 500, das stimmt. Dann haben wir die letzte Teilaufgabe für das Dreieck hier, das RA0. Die Formel steht schon da, muss ich nochmal ausgeben. 1,55 Ohm klingt nicht unplausibel. Prüfen ist auch richtig. So, okay. Nächste Aufgabe. Wie groß muss der Vorwiderstand sein? Also die Spannung haben wir ja schon über den Vorwiderstand. Und den Strom haben wir auch. Dann kann ich natürlich auch einfach den Vorwiderstand ausrechnen. Und kann sagen, R, V, der Vorwiderstand ist UR durch I. UR durch I. Und das ist ja auch in Ampere umgerechnet. Dann sollte das hier in Ohm rauskommen. Und so ein Vorwiderstand von so einer Diode, der ist schon so im Kiloohmbereich. Oder zumindest ein paar hundert Ohm. Also mal ausprobieren. Jetzt fehlt mir hier das Ergebnis in der Ausgabe. Ja, also so ein paar hundert Ohm, knapp ein Kiloohm. Das kommt schon hin. 670. Stimmt auch. So. Noch vier Aufgaben. Wir sind wieder bei dem Draht. Welche Seitenlänge besitzt der quadratische Querschnitt? Wir haben hier schon die Fläche und jetzt kann ich natürlich davon einfach die Wurzel nehmen. Dann kriege ich die Seitenlänge raus und gebe das mal aus. Das ist jetzt hier oben. Wenn das Quadratmillimeter sind, kommt das natürlich in Quadrat, einfach so in Millimeter raus. Wurzel von 4 ist ungefähr 2. Das sollte passen. Klingt nicht. Unplausibel ist auch richtig. So, dann sind wir bei der 27. Frage. Ach nee, jetzt sind es noch vier. So, also wieder diese Kondensatoraufgabe. Wie groß ist die Ladung hier zu diesem Zeitpunkt hier unten? Also da muss ich nur Q1 und Q2 zusammenrechnen in meiner Formel. Das ist hier beim Kondensator. Klicke ich mal auf Run. Und jetzt brauche ich eben Q1 plus Q2. Das war in Coulomb. Ich will aber Milli Coulomb haben. Also nehme ich den ganzen Spaß hier und rechne den nochmal. 1E3. Jetzt sind das 24,34,2. Ja, das könnte gut möglich sein. Klick mal auf Prüfen. Okay, das stimmt auch. Nächste Seite noch drei Aufgaben. Wie groß ist die Ladung? Gleich hier vorn an diesem Punkt. Jetzt brauche ich nur das Q1. Also Q1 mal 1E3, 3,6. Sollte auch so passen. Sehr richtig. Letzte Knotenspannungsanalyseaufgabe. Es ist G1, 3 gefragt. Also brauchen wir den Widerstand zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 3. Das ist der Widerstand R3. Das Skript ausführen. Und G3 ist der zugehörige Leitwert, den von Siemens in Millisiemens umgerechnet. Und ganz wichtig, mit einem Minus davor. Minus 204. Und ich klicke auf Prüfen. Und das ist richtig. Und dann kommt es zur letzten Frage. Wieder diese Dioden-Vorwiderstand-Sparungsabfall-Geschichte. Und jetzt gefragt, wie groß ist der Widerstand, nicht der Widerstand, der Wirkungsgrad-Eta der Schaltung, wenn man davon ausgeht, dass sämtliche elektrische Leistung in der Diode in sichtbares Licht umgewandelt wird. Also die Leistung hier ist unsere Nutzleistung. Wirkungsgrad ist ja das Verhältnis der Nutzleistung zur von der Quelle aufgewandten Leistung. Also ich muss jetzt PD rechnen durch PQ. Kann ich mal hier noch irgendwo geschickt hinschreiben. Suche ich mir mal hier noch eine andere Farbe, weil es ja nochmal eine andere Aufgabe ist. Also Rot heißt jetzt nicht, dass es falsch ist. Einfach nochmal eine neue Farbe. Also Eta ist die Leistung an der Diode geteilt durch die Leistung von der Quelle. Und die Leistung an der Diode kriege ich raus als Spannungsabfall an der Diode mal den Strom. Und die Leistung der Quelle kriege ich raus aus UQ mal I. Und dann kann ich das I wegkürzen. Und dann ist der Wirkungsgrad einfach UD durch UQ. Das sind beides Werte, die hier oben schon gegeben sind. Das rechne ich einfach nochmal 100. Also bei der Diode schreibe ich mal hier hin. Eta ist UD durch UQ und das Ganze mal 100. Ausführen. Befehlens Fenster 31 Prozent. Klingt gut, weil es nicht super wenig ist und auch nicht mehr als 100. So wie es im Wirkungsgrad so ist. Naja und irgendwie, also 3 durch 10 könnte schon sein, dass da 30 Prozent rauskommt. So okay, also prüfen ist auch richtig, ganz fantastisch. So, Versuch abschließen. Man sieht hier unten schon alle richtig. Und ja, so kann man es machen. Also, schöne Vorgehensweise, um alle Aufgaben von diesem Test sehr schön und sehr richtig zu lösen. Was natürlich hilfreich ist, ist Zahlenrechnungen nicht mit einem Taschenrechner zu machen, sondern einen Computer zu nutzen. Auch ein schlaues Tool, wie zum Beispiel Octave, Python, MATLAB und definitiv sehr, sehr, sehr sinnvoll, sich die Formeln zu notieren. Vielleicht für so Aufgaben wie hier, sich eine kleine Skizze zu machen, weil man dann viel einfacher erkennt, zum Beispiel, dass es hier um die Fläche geht, die man sehr einfach mit der Dreiecksformel ausrechnen kann. Also, das ist hier um die Fläche zu machen.